ich will auch mal raus das ist ein Gestrippe weil ich sehe hier echt die Städte ich laufe ständig gegen irgendwelche Dinger weil mir schnell irgendein Baum sich versperrt das ist manchmal schon gar nicht mehr schön die Dinger müssen auch mal weg so ein Buch brauchen wir jetzt hat er bestimmt ja hier vorne liegen genau richtig schön für mich bereit gelegt Fasern Eis schon wieder Eisenbahnen Eisenbahnen schon wieder so wie oft wir diesen Eisenbahnen hinterher gelaufen sind 8 Eisenbahnen und Fasern ganz schön 4 muss ich sagen Eisenbahnen kann man nur 3 erst mal herstellen ähm Fasern so ähm wir sind immer noch nicht fertig Teile zum Basteln brauchen wir natürlich auch ähm das heißt du bist jetzt eigentlich Unnützer ich muss mir jemanden zum abbauen holen angeln abbauen genau aber wenn ich angeln gehe dann brauche ich ein Meeres Inventar das steht schon mal fest so ok das ist voll kommt hier runter 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 auch runter du auch nee du keine Ahnung aber du kannst runter du kannst runter so 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 das ist dann auch voll Äpfel sind voll ähm das ganze das haue ich jetzt mal zum Verkauf mit rein hier um genau um da das ist könnt ja das ist jetzt hier wichtig um das das auch wichtig da kommt umher ja so da das kann die Ruhe und das kann das muss weggepackt werden so dann haben wir jetzt hier neues Samen boah ist ja schön nicht mehr hier überall hängt zu bleiben wenigstens im Haus hängt man nicht mehr fest gut so einmal hier dann das Zeug zum Verkaufen wir haben ja da genug von denen da oben dann haben wir jetzt hier ah das Buch bleibt das mache ich mal auf mal gucken was kriegen wir hier raus ja irgendwas alles Quest relevant hier krass ok Teile zum Basteln das packe ich jetzt auch mal alles hier rein so gut jetzt muss ich jemanden finden einmal für den Abbau weil Donner Duck hilft mir jetzt nicht mehr weiter das ist für mich jetzt keine Großhilfe mehr ich habe doch das hier gerade gemacht so die sind alle voll dort wies ich außer Donald der ist nicht voll aber der ist naja was anderes so ok Krimskrams stimmt da war ja was gewesen du bist auch verlor ja du bist auch voll ähm wenn ich muss ich mir mal jemanden volles nehmen ähm Dings ist auch voll ist noch hier jemand drin hier die da die da in der Ecke sitzt da wo es hingehört nee Mensch auch weiter so du bist Level 9 und das Sammeln du bist also sinnlos ja dann gehen wir aber auch aus dem Weg Alter so du bist Pflanzen und du bist ein Simorion ja na komm mach mal auf hier gut gibt es ist hier noch irgendwer jemand in der Nähe du bist voll Elza ist Abbau was war Olaf nochmal Olaf und Christoph die beiden muss ich mal fragen was die beiden sind dass sie nervig sind weiß ich aber was haben sie denn für Fähigkeiten was habe ich denen denn gegeben ich bin du bist auch Sammeln du bist auch erstens bist du voll und zweitens besessen so du bist neun du bist Pflanzen du bist sinnlos so jetzt keine mehr zum Abbau ja das glaube ich dir jetzt auch so wer es ist keine mehr für das andere okay na dann bleibt mir nicht anders übrig als jemanden zu nehmen ähm der schon voll ist und mir quasi das Doppelte gibt ich dachte ich könnte jetzt noch jemanden aufleveln klären aber es gab eventuell es kamen gucken eigentlich gab es ja Pflanzen wer hat hier zum Pflanzen mitgenommen um da kommt wir werden jetzt jemanden nehmen wie sieht es bei dir aus was bist du doch mal auch wenn du jetzt schon voll bist du bist Level 5 und du bist Schaufeln okay also nicht meine Sache so du bist du bist du bist Bergabend sein aber der ist nicht zu Hause wir müssen abbauen wir müssen unbedingt abbauen ach wisst du was du bist angeln so was bist du eh ehrlich geht geht mir das auf den Sack Kinder da nach Köln und gehen auf die Karte weil ich habe keine Lust mich hier mit demnächst zu suchen ähm wir gehen mal zum Wolli vielleicht ist der ja was mit abbauen so ohne dass du übernimmt bleibt so Na, endlich. Lass uns abhängen. Gut, wir brauchen Eisen. So. Dann hol mal raus dein Ding. Und dann lass uns mal richtig schön abhacken hier. Super. Ähm, Eisen brauchen wir jetzt wirklich. Also ich hab echt das Gefühl, ich muss ja öfter nach Eisen sammeln. Weil, wie gesagt, Eisen ist irgendwie wichtig. Wichtiger als Gold. Wahrscheinlich. Ich bin dein Vater. I love you. I love you. I love you. Yes, I do. I love you. I love you. I love you. Vielen Dank.